hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen folge trainer karriere in fifa 21 mein name ist jan und schön dass du zu dieser neuen folge mit eingestellt hast das ist insgesamt die zweite folge und ja heute in der zweiten liga als trainer von hamburg wird wieder ganz spannend wir haben wichtige spiele wir haben auch ein derby gegen st pauli direkt als nächstes spiel also ja das wird das wird ziemlich cool außerdem das erste bundesligaspiel konnten wir auch schon gewinnen und ja jetzt sehen wir in dieser folge wie es weitergeht außerdem gab es auch einen weiteren transfer in echt für hamburg den werden wir natürlich nachholen und zwar ulreich ist kommen das wollen wir natürlich weil wir das ganze so realistisch wie möglich halten wollen hier auf jeden fall auch mit nachholen wobei realistisch wie möglich wir wollen natürlich gewinnen also das macht hamburg vielleicht nicht immer in echt aber das ist doch noch unser anspruch wir schauen ob das jetzt funktioniert also viel spaß mit dieser neuen folge auf geht's also das mit dem gewinn ist ja tatsächlich gar nicht so leicht in der letzten folge hat es gerade so beim ersten spiel geklappt in der simulation geht so aber heute haben wir viel mehr spiele in dieser folge also das heißt anstrengend wir sind nämlich das ende juli und starten rein in den august der plan ist voll wir haben auch dfb pokal heute gegen einen anderen zweitligisten gegen ksc aber als erstes hier st paul das müssen wir gewinnen im dfb pokal wollen wir auch weiter kommen wir brauchen natürlich auch geld gräuter führt wird auch nicht gleich und dann gegen meine eintracht aus braunschweig hannover 96 also das sind ordentliche duelle hier im august wir haben bei der jugendmannschaft einen neuen bericht und ihr habt geschrieben mit 16 krone natürlich auch schon auf natürlich und ich soll am besten sogar noch spieler umtrainieren auf andere positionen das habt ihr auch geschrieben das sind alles ziemlich geniale vorschläge den ordner den wollte ich ja eigentlich auf jeden fall nehmen weil der hat ein richtig gutes potenzial aber halt jetzt erst eine gesamtstärke von 52 der kinder kann man eigentlich ja jetzt noch nicht benutzen so richtig aber ich glaube ich nehme ihn auf und selbst in der mannschaft kann ja den entwicklungsplan auch ändern und dann kann ich da quasi den spieler zu einer anderen position umtrainieren lassen weil ich glaube mittelfeld brauchen wir eine verstärkung schauen wir noch mal ja der ordner ist jetzt hier mit auf jeden fall mit dabei und wir sehen hier oben also wir haben zwei zms auf der ausdrücksbank haben aber gar keinen einzigen z dm der natürlich dann auch direkt hier minus quasi in der bewährung drin wenn wir mit denen da spielen lassen würden aber wir haben keine z dm position ich finde es sowieso schade ihr könnt es gerne mal in die kommentare schreiben ich bin ja kein trainer kehre profi seit jahren mal wieder dass ich eine trainer kehre selber spiele haben die spiele alle wirklich nur noch eine position weil der wirklich steht nur z dm aber es gibt auch spieler die können mehrere positionen theoretisch spielen klar wenn ich den einsätze er kann der theoretisch von z m spielen aber hat eine schlechte bewertung aber hat jeder nur noch wirklich eine ideale position also ich glaube schon wir haben nur ein anderen richtigen echten z m würde den erf den wir auch in der letzten folge geholt haben aus der jugendmannschaft die kommentare jetzt noch mal aufgemacht werde sehr sehr viel geschrieben habt und hier steht zum beispiel leisner statt jung aber jung ist jung und deswegen wobei also 25 aber ist auf jeden fall mit 71 und 25 besser als 29 73 finde ich schon besser aus dem wissigkeit hat ja auch gar nicht liegt aber natürlich auch daran dass er jetzt nicht gespielt hat aber ja nee ich lass das schon so ich will ich will dass sie sich vielleicht doch noch ein bisschen entwickeln können das ist ziemlich ganz angenehm bei hand im z m hat würde ich gar keine alternative das ist halt immer noch so ja der ist halt aber auch gut aber wir haben halt wirklich wir haben überhaupt kein z m also das ist halt wobei also hier aber 59 also das zeit habe ich ja in der letzten folge schon angesprochen nichts was wir wirklich richtig einsetzen können also den damit dem wird schwer wir haben auch auf der banken nichts wogegen wir den ersetzen können je mehr ich mir gerade noch mal weiß nicht die die mannschaft angucke desto desto mehr angst bekomme ich vor den spielen jetzt weil die elf ist ich weiß nicht kommt mir nicht so vor als könnte man damit die liga dominieren obwohl wir es halt eigentlich machen müssen so jetzt geht es aber auf hamburg gegen hamburg also hamburgersv gegen sand pauli los geht's so wir haben uns natürlich wieder das logo vom hamburgersportverein auf die videowand und das ist später nur zwei im volksparkstadion los geht's das ist nicht die möglichkeit das war eine möglichkeit aber sie ist nicht im tor warum jetzt aber auch der ist drin jawohl das ging aber schnell achte spiel minute zweite chance 1 zu 0 tyrodde ist der torschütze wunderbar also ich habe mit allem gerechnet aber nicht damit dass ich jetzt hier so gut rein starte weil ich muss ganz ehrlich sagen in der story karriere ließ gar nicht gut und ich dachte jetzt deswegen verkacke ich vielleicht auch hier aber in hamburg läuft es besser als mit braunschweig wenn das tor gefallen wäre wäre ich selber schuldig renne mich da über den haufen das gibt es doch gar nicht das war auf jeden fall mal typisch hamburg nein scheiße 1 1 muss sagen immer noch in der verteidigung habe ich jedes mal richtig angst weil das gibt es doch gar nicht wie schlecht ich in der verteidigung bin oder wie schlecht hamburg ist alles von beiden aber land pauli trifft zum 1 zu 1 da muss ich noch mal so einen genialen angriff fahren halbzeit 1 1 die haben auch richtig viel ball besitzt und so also ich bin eigentlich gar nicht so gut wie ich dachte bis jetzt hier im spiel schade ja gut das ändern wir jetzt hier in halbzeit zwei machen noch einen treffer und verteidigen dann vielleicht mal gut hin und das wäre schön oh ja das ist es das ist das 2 nicht das 2 zu 1 wie hauchdünn war das der halbe fuß das kannst du mir doch keinem erzählen hier das ist doch das ist doch scheiße oh ja schön in die mitte gezogen und zurückgelegt da sind so viele spieler die alles oh das verteidigt schon wieder so ekelhaft das wäre so ein krasser witz wenn die jetzt in der ecke oder so ein tor gemacht hätten halt das das gibt es ja gar nicht spieler abgefiffen 1 zu 1 ja am ende eigentlich ich hätte noch mal den führungsdauer machen können eigentlich auch müssen also aber abseits so hauchdünn schon fast ein bisschen unfair ja bobby woods sagt hey boss besteht die chance dass ich im nächsten spiel spielen darf das weiß ich gar nicht müssen wir mal drauf gucken wir sind ja jetzt dfb pokal ne also da wir wollen auf jeden fall weiter kommen und wo haben wir den denn oh da eine 67 27 jahre ist er alt hinterseer ist aber auch 29 aber eine 72 ich weiß nicht auch ob der auf anderen positionen vielleicht ist er im ztl oder so besser weil hinterseer habe ich ja auch gegen hand gewechselt das sieht man hier jetzt leider überhaupt nicht mehr das ist halt wirklich schade oder ich bin blind kann beides sein ich tippe sogar vielleicht mal auf beides das spiel das nicht anzeigt und ich blind bin aber ich würde fast sagen dass es jetzt erstmal solange die auswahl bei der startelf so stimmt und das alles auch mit der auswärtsbank so klappt das ist jetzt erstmal kein wechsel bedarf quasi das einzige was wir auf jeden fall doch mal machen können ist zum entwicklungsplan hier in der teamzentrale zu gehen und da ist ordner den haben wir ja in dieser folge erst hochgezogen und da gehen wir mal auf den entwicklungsplan so man kann jetzt verschiedene für die einzelne positionen ev denen verschiedene sachen beibringen aber wir können ihm auch sagen dass er eine ganz andere position lernen soll und zwar zentraler mittelfeldspieler das sage ich ihm jetzt da hat er ganz miese werte bis jetzt aber insgesamt in der verteidigung ist er sogar noch richtig schlecht Tempo und physisch ist okay aber alles andere ist eigentlich unterirdisch bei ihm noch ja ich hoffe das klappt so bei ihm noch so ein bisschen dass er sich da entwickeln kann das wäre auf jeden fall infall ja dann antworten wir dem mal und ja ich sag einfach ich denke drüber nach wenn wir gewinnen merkt er glaube ich nicht Boah DFB Pokal Hannover 96 gegen Braunschweig wenn das in echt so wäre das wäre ja richtig krass naja dann ist aber erstmal unser DFB Pokalspiel das wird nämlich auch schon ziemlich spannend auf geht's DFB Pokal ein bisschen mehr Glück in der Offensive ein bisschen besser sein in der Defensive und dann gewinne ich das Ding hier Schöne Reihe auf aus dem Nachschuss Tor Hamburg ist in den ersten Minuten immer richtig stark Schock für den KSC also dass der Nachschuss reingegangen ist ich hätte so rumgeraged wenn nicht weil das war schon wieder so geil schon allein der erste Pass zu Jata da ganz raus das sieht man leider hier in der Wiederholung nicht war schon das war eigentlich das mit das geilste im ganzen Spielzug und dann aber ja zum Glück Terrode wieder mit dem Tor 1 zu 0 aber irgendwie es wird halt danach nicht leichter das ist halt das Problem also ich habe mich ja auch gerade gegen Pauli richtig dumm dann angestellt nach dem ersten Tor keine guten weiteren Chancen und ja dafür wurde dann Pauli halt richtig stark und hat dann irgendwann weil ich richtig schlecht in der Verdecke bin das ganze auch ausgenutzt jetzt soll es anders sein Möglichkeit zum 2 zu 0 jawoll ich würde ja schon fast sagen Hamburg ist in Form hier ist 15. Spiel Minute Hand ist der Torschütze das ist richtig wichtig und ich erkenne mich gerade selber gar nicht wieder das ist schon richtig nice ich lasse einmal kurz die Wiederholung laufen aber ja normalerweise mache ich das ja nur bei schönen Toren das war jetzt ja war jetzt zwar gut rausgespielt aber nichts besonderes zum Glück habe ich einen Torwart aber abseits war es glaube ich auch noch mit dazu Jata der ist frei und ich schieße viel zu spät Nachschuss hier schießt er auch nicht wieso schießt er nicht Schuss gedrückt Halbzeit 2 zu 0 Hannover 96 führt leider auf 2 zu 0 Boah also wenn das keine coole Passstaffette war belohnt würde es aber nicht da irgendwie mit 5 Stationen um den Strafraum drum herum gespielt Superschnelle so One-Contact-Pässe und so also das war schon ziemlich nice ein Tor hätte es eigentlich verdient gehabt 60. Spielminute es gibt eine Standardsituation für den KSC und ja aber nicht super gefährlich oh Hann nimmt den Ball schneller mit wenn er das wenn die Ballannahme mal mitnahme besser gewesen wäre wäre es eine klasse Chance geworden Anschlusstreffer 2 2 1 79. Spielminute das ist natürlich gerade zu einer echt unpassenden Zeit wo es jetzt nochmal 10 Minuten richtig scheiße spannend wird also das habe ich das brauche ich gar nicht Spiele abgepfiffen wir sind eine Runde weiter 2 zu 1 können wir so gerade noch gewinnen wir waren eigentlich über weite Strecken die bessere Mannschaft aber dann durch dieses Tor in der 80. hat es das wirklich nochmal zu einem ganz anderen Spiel gemacht so Bobby Wood was sagt er tja da muss ich wohl nächstes Spiel hoffen ja muss er hoffen wie gesagt wenn wir ein bisschen rotieren müssen wird er auf jeden Fall auch mit zum Einsatz kommen wir haben einen geendeten Spieltermin und wir haben 166.000 für das DFB Pokalspiel bekommen da schauen wir doch direkt nochmal auf den Kalender und zwar gegen Union Berlin im Oktober da haben wir die nächste DFB Pokalrunde ich meine mit Union Berlin zwar einen Bundesligisten gezogen aber ja das geht also das los hätte wahrscheinlich nicht viel leichter sein können weil immerhin ist es schon die nächste Runde ja immer so und dann jetzt gegen Greuther Fürth hier zählt es jetzt natürlich hier müssen wir ja weitere drei Punkte bekommen aber bevor wir rein starten muss ich doch nochmal auf jeden Fall ja Jatta der hat eigentlich schon so gut gespielt den möchte ich schon fast ungern wechseln aber ich mach es mal der hat auch nicht die perfekte Position den ZM wechsle ich auch auch wenn das sogar richtig doof scheint also der Jasula kann ja nicht so wirklich gut spielen auch Hand könnte man wechseln boah aber der nächste empfohlene Spieler hat halt eine 59 das ist halt boah Hinterseer wird da sogar noch weniger empfohlen das ist halt das ist halt schon krank ne dann lass ich das tatsächlich nochmal so ich hoffe dass er sich einfach so irgendwie wieder aufbaut und ich meine gegen Braunschweig die sind ja nur Aufsteiger nicht gegen die aber vielleicht kann man da dann mal ein bisschen noch mehr rotieren Spieltag Nummer 3 bis jetzt sind wir ungeschlagen wenn man das DFB Pokalspiel mit rein nimmt haben wir zwei Siege ein Unentschieden ansonsten ja ein Sieg ein Unentschieden in der Liga also ja der Start ist ich sag mal okay aber wie gesagt wir sollen Meister werden also müssen wir auch dieses Spiel gegen Kräuter Fürth gewinnen auch wenn die die sind halt immer mal für einen Sieg gut also man muss ganz ehrlich sagen die sind echt schwer einzuschätzen aber wenn wir wieder ein frühes Tor oder so erzielen können richtig schön rausgespielt wenn der Schuss oh mein Gott bin ich schlecht so zentral vorm Tor bin ich dann immer so was muss ich jetzt machen wo ist die Schusstaste ne alter ich hab so gut rausgepielt zack 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 ich schieß die nicht rein viel leichter und der schießt Volley ins Tor der Wahnsinn Nein, so viele gute Chancen, das bekommt man nicht nochmal und der Torwart, ah ne, selber einfach nur daneben geschossen, Mann, das kann, das darf man nicht machen. Ah, das ist das 2 zu 0, ah, ich lass sie manchmal so zentral einfach durchgehen, weil ich nicht den richtigen Spieler bekommen, das ist so ärgerlich, 2 zu 0, obwohl wir, also eigentlich könnte es jetzt 2 zu 1 oder so für uns stehen, aber, dass es jetzt 2 zu 0 für die steht, das darf gar nicht sein, das darf gar nicht sein. Halbzeit, wir legen 2 zu 0 zurück, theoretisch, wenn wir jetzt hier gut rein starten, sehe ich da auf jeden Fall noch einen Unentschieden, die hatten mehr Chancen und so, aber ich hatte eine 2 halt richtig gute, das ist halt das Ding, also theoretisch ist da halt was möglich. Ja, sehr schön, sehr schön, wenn ich jetzt irgendwie in den Rückraum und daneben schon wieder, warum? Warum schießen die denn jetzt gerade die ganze Zeit neben das Tor? Boah, oh Gott, richtig schlechte Verteidigungsleistung, führt hier zur Niederlage, muss man dazu sagen. Spieler abgewiffen, wir verlieren 2 zu 0, katastrophale Abwehr und im Sturm einfach, naja, den Ball nicht ins Tor geschossen. Theoretisch hätte es hier auch 2 zu 2 ausgegeben. Das gibt nach Spieltag Nummer 3 Platz 10, ist natürlich nicht ideal, aber wie gesagt, also alles, was wir bis jetzt gesehen haben, war jetzt nicht super dramatisch schlimm, außer die Abwehr, also da muss sich was verbessern. Beim Spiel gegen den KSC hat sich das eigentlich auch verbessert, deswegen war ich, ja, gut gestimmt gegen Greuther Fürth, aber da vielleicht auch ein bisschen Pech mit dabei, also Pech war auf jeden Fall mit dabei, das hat man ja alleine schon im Sturm gesehen. Naja, das passiert im Fußball, in den nächsten Spielen, wir spielen dann erstmal gegen Braunschweig, aber haben auch weitere Spiele, ich meine Hannover 96, viel hier im Norden, was auf jeden Fall gespielt wird, das Ganze in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst mal eine Bewertung da, dann sehe ich, ob ihr noch mehr davon sehen wollt und schreibt gerne auch alles mögliche in den Kommentaren. Ihr könnt jetzt noch die Playlisten auf meinem Kanal abschecken, es gibt nämlich verschiedenste Karrieren über Story, Spielerkarriere im Tor, Pro Evolution Soccer, Trainerkarriere und Spielerkarriere, alles das gibt es bei mir, falls ihr davon was sehen wollt, ja, noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr auf jeden Fall jetzt auch noch abonnieren, würde mich sehr darüber freuen, das unterstützt mich natürlich auch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute haut rein, ciao!